Das Hypothalamus-Hypophysis-System ist ein relativ komplexer Regelkreis für die Hormone und ich versuche das jetzt möglichst einfach zu formulieren und muss leider hier ein bisschen das Ganze versimplifizieren, damit wir so die Grundkonzepte einfach verstehen können. Schauen wir uns das Ganze mal an. Was ist jetzt dieses Hypothalamus-Hypophysis-System? Naja, man kann grob sagen, dass das Hypothalamus-Hypophysis-System eine Verbindung zwischen dem zentralen Nervensystem und dem Hormonsystem ist. Der Hypothalamus, das können wir uns so vorstellen, ist der CEO einer großen Firma und die Hypophyse ist Abteilungsleiter und dann gibt es weiter unten noch viele Hormondrüsen, die sich nach dem richten müssen, was die zwei Chefitäten so gestimmen. Und der Hypothalamus, können wir uns einfach vorstellen, ist ein Verbindungsglied zwischen dem vegetativen Nervensystem und dem Hormonsystem. Mit Hilfe der Hypophyser steuert nun der Hypothalamus verschiedene Drüsen im Körper, zum Beispiel die Gonaden, das ist der Fachbegriff für Hoden- und Eierstöcke. Der Hypothalamus steuert mit Hilfe der Hypophyser auch Teile der Schilddrüse und die Nebennierenrinde. Und diese Steuerungshormone, die der Hypothalamus abgibt, kann man in zwei Gruppen unterteilen. In die sogenannten Releasing Hormones, abgekürzt RH, die Libarine, die erhöhen die Produktion und Freisetzung von Hormonen im Hypophysen-Vorderlappen. Und dann gibt es die Gegenspieler, das sind die Inhibiting Hormones, IH abgekürzt, das sind die Statine. Die haben einfach den gegenteiligen Effekt, die bremsen die Ausschüttung gewisser Hormone am Hypophysen-Vorderlappen. Und je nach Impuls produziert nun die Hypophyse ihrerseits wieder entsprechende Hormone, die auf die jeweilige Hormondrüse wirken. Viele von euch kennen das TSH aus dem Blutbefund, das ist ein Marker für die Schilddrüse. Das heißt, der Hypothalamus produziert Hormone, die auf den Hypophysen-Vorderlappen wirken. Der Hypophysen-Vorderlappen produziert das TSH und das TSH stimuliert nun unsere Schilddrüse. Das heißt, wir haben hier einen Bogen, der über mehrere Etagen funktioniert. Der Hypothalamus kann aber noch viele andere Sachen als diese typischen Hormondrüsen steuern. Zum Beispiel produziert der Oxytocin, das Kuschelhormon oder auch das ADH, das antidiuretische Hormon, das heißt auch Vasopressin oder Wassersparhormon. Und das ist ganz spannend, denn diese Hormone wandern über Axone in den Hypophysen-Hinterlappen und werden hier freigesetzt. Und das Ganze klingt jetzt sehr komisch, aber das erkläre ich euch nachher, denn Hypothalamus und Hypophyse sind sehr komische Konstrukte. Die Hypophyse besteht nämlich eigentlich aus zwei getrennten Organen und ein Teil davon gehört eigentlich embryogenetisch zum ZNS. Und deswegen haben wir hier Axone, die in den Hypophysen-Hinterlappen-Hormone abgeben. Hypophysen-Vorderlappen-Hormone wirken aber auch auf das Immunsystem, weil manche Immunzellenrezeptoren haben, zum Beispiel für Prolaktin oder ACTH, aber umgekehrt kann auch das Immunsystem über Zytokine auf den Hypothalamus einwirken. Das heißt, wir dürfen nie vergessen, dass Nervensystem, Hormonsystem und Immunsystem sehr nah miteinander kommunizieren, sich wechselseitig beeinflussen können. Und deswegen natürlich, wenn wir viel Stress haben oder wenn wir einen Infekt haben, haben wir andere hormonelle Zusammensetzungen, als wenn wir im Gleichgewicht sind. Schauen wir uns das Ganze mal an, wo diese Organe liegen. Wir haben hier den Thalamus. Der Thalamus ist unser Tor zum Bewusstsein. Darunter liegt der Hypothalamus. Der Begriff heißt nichts anderes als unter dem Thalamus gelegen. Und unten dran hängt noch unsere Hypophyse. Damit wir uns grob orientieren können, wo das Ganze ist. Wir haben hier die Nase, die Augen, hier ist die Zunge. Und da direkt über der Sinn-Nerven-Kreuzung liegt der Hypothalamus und die Hypophyse. Schauen wir uns jetzt mal den Hypothalamus etwas im Detail an. Der Hypothalamus, wie wir gerade gesehen haben, liegt eben im Zwischenhirn nahe der Sinn-Nerven-Kreuzung und ist die zentrale Regulationsstelle für ganz wichtige Steuerungsprozesse im Körper. Der Hypothalamus, kann man sagen, ist für die Homöostase im Körper wichtig. Er regelt unter anderem das Wachstum, den Stoffwechsel, Körpertemperatur, unsere Reaktion auf Stress, die Reproduktionszyklen, den Salzwasserhaushalt und auch den Schlaf-Wach-Rhythmus. Hormon- und Nervensystem arbeiten eng zusammen. Das haben wir schon gemerkt. Und so kann natürlich Stress oder körperliche Anstrengung oder auch unser biologischer Rhythmus ein Einflussfaktor auf die Hormonproduktion sein. Die meisten Hormone werden in einem gewissen täglichen Rhythmus ausgeschüttet. Zirkadian bedeutet, dass zu gewissen Tageszeiten mehr oder weniger diese Hormone ausgeschüttet werden. Zum Beispiel das Corticotrope-Releasing-Hormon oder das Thyreotrope-Releasing-Hormon, die auf der Hypophyse, also über die Hypophyse auf Nebennirn, Rind- und Schilddrüse wirken, werden zu gewissen Tageszeiten vermehrt bzw. vermindert ausgeschüttet. Der Hypothalamus hat natürlich ganz viele neuronale Querverbindungskontakte zu anderen Hirnzentren, unter anderem natürlich auch zum vegetativen Nervensystem. Deswegen hat ja Stress einen wichtigen Einflussfaktor auf das Hormonsystem. Der Hypothalamus produziert aber auch Hormone, die nicht nur auf die Hypophyse hemmen und anregen können, sondern auch viele weitere Hormone, die direkt an Zielzellen wirken können. Wir erinnern uns, die Hormone, die auf die Hypophyse wirken, das waren die Libarine und die Statine, also die Releasing- oder Inhibiting-Hormone. Aber zusätzlich zu dieser Hormongruppe kann er noch weitere Hormone produzieren. Was macht jetzt unsere Hypophyse? Die Hypophyse heißt auf Deutsch auch Hirnanhangsdrüse und wie wir das vorhin in der Grafik gesehen haben, liegt sie unter dem Hypothalamus. Zusammen mit dem Hypothalamus bildet die Hypophyse eine Funktionseinheit. Die Hypophyse besteht aus zwei Teilen mit komplett unterschiedlicher Funktion. Wir haben einen Hypophysen-Vorderlappen, der heißt Adenohypophyse, und einen Hypophysen-Hinterlappen, dieser heißt Neurohypophyse. Wir erinnern uns, dass hier ja Hormone aus dem Hypothalamus über Axone hingebracht werden. Die Steuerungshormone, die wir kennengelernt haben, die der Hypothalamus produziert, gelangen über ein spezielles Gefäßsystem, das heißt Fortader-System, in den Hypophysen-Vorderlappen. Natürlich haben wir auch im Bereich unserer Verdauungsorgane ein Fortader-System. Die Steuerungshormone des Hypothalamus, also die Libarine und Statine oder Releasing- und Inhibiting-Hormones, gelangen also über das Gefäßsystem, das Fortader-System, zum Hypophysen-Vorderlappen. Wir erinnern uns, das sind die Hormone zum Beispiel für Teile der Schilddrüse, für die Gonaden oder für die Nebennierenrinde. Wir schauen uns jetzt mal das Ganze am Beispiel vom Thyreotropin-Releasing-Hormon an, TRH. Das wird im Hypothalamus produziert, gelangt eben über das Fortader-System zum Hypophysen-Vorderlappen und stimuliert hier das Thyreodea-Stimulierende-Hormon, das TSH. Das heißt, jetzt produziert die Hypophysen das TSH. Das TSH wird in das Blut entlassen und das TSH wiederum regt die Schilddrüse zur Produktion ihrer Hormone an. Und zwar wird dann in der Schilddrüse das Thyroxin, also das heißt T4, Tetra-Jot-Tyronin und Tri-Tyronin T3 wird dadurch ausgeschüttet. Und wie wir wissen, machen die Schilddrüsen-Hormone die Temperaturregulation, unter anderem die Organentwicklung, Längenwachstum und regulieren den Energiestoffwechsel. Ein anderes Beispiel für Hormone aus dem Hypothalamus-Hypophysen-Regelreis wäre zum Beispiel das Gonadotropin-Releasing-Hormon, GNRH. Das heißt, dieses Hormon wird vom Hypothalamus produziert. Das gelangt auch hier wieder über das Fort-Ader-System zum Hypophysen-Vorderlappen und fördert hier die Ausschüttung der Sexualhormone, die zum Beispiel den Eisprung auslösen. Das wäre das FSH und das LH. Also das wäre auch ein weiteres Beispiel, wie diese Regelkreise funktionieren. Oder zum Beispiel das CRH, das Corticotropin-Releasing-Hormon, heißt auch Corticoliberin. Das wird vom Hypothalamus ausgeschüttet und induziert, dass in der Hypophysen das ACTH ausgeschüttet wird. Und ACTH wirkt auf die Nebennierenrinde und es erfolgt eine Ausschüttung von Corticosteroiden. Das heißt, wir haben hier einige sehr spannende Regelkreise schon kennengelernt. Das heißt, wir fassen noch einmal zusammen. Über das Hypothalamus-Hypophysen-System werden Teile der Schilddrüse, die Nebennierenrinde und die Gonaden reguliert. Die können das nicht selber, sondern es gibt eben hier diese hormonellen Feedback-Schleifen. Der Hypothalamus fragt beim vegetativen Nervensystem unter anderem nach, wie jetzt die aktuelle Lage im Organismus ist. Und dann werden entweder Libarine oder eben hemmende Inhibitoren ausgeschüttet. Das ist eine Meldung an die Hypophysen. Und die Hypophysen schüttet dann eben diese Hormone aus, die dann die Schilddrüse anregen, die Gonaden anregen oder eben die Nebennierenrinde anregen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir zusätzliche Hormone immer haben. Natürlich auch im Hypophysen-Vorderlappen. Das heißt, der Hypophysen-Vorderlappen bildet weitere Hormone natürlich auch wieder unter der Kontrolle des Hypothalamus. Diese wirken aber direkt auf Zielzellen und nicht auf Hormondrüsen. Beispiel wäre das Somatotropin, das Wachstumshormon oder das Prolaktin, das die Milchproduktion fördert. Oder das Melanozyten-stimulierende Hormon, das die Hautpigmentierung beeinflusst. Und für alle von euch, die so ein bisschen Expertenwissen haben wollen, wir haben ja geklärt, dass die Hypophysen einen Vorder- und einen Hinterlappen hat. Und der Hinterlappen, diese Neurohypophyse, da erinnern wir uns, da gibt ja der Hypothalamus über einen axonalen Transporthormone hinein. Naja, die Hypophysen ist eigentlich ein Mischorgan. Der Hypophysen-Vorderlappen und der Hypophysen-Hinterlappen entstehen in der Embryogenese aus unterschiedlichen Keimblattschichten. Der Vorderlappen, also die Adenohypophyse, ist eine echte Drüse und stammt aus dem oralen Ektoderm. Das ist die Ur-Mundhöhle ab und die wandert dann im Laufe der Embryonalentwicklung nach oben und klebt sich an den Hypophysen-Hinterlappen an. Und der ist eigentlich ein Teil vom zentralen Nervensystem. Und daher kommt eben dieser Name Neurohypophyse. Denn die Neurohypophyse ist ja ursprünglich tatsächlich ein Teil vom Gehirn gewesen. Und daher besteht dieser Teil aus Nervenbahnen, die aus dem Hypothalamus herunterziehen. Und embryologisch entstammen die Teile hier eigentlich dem neuronalen Ektoderm. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen diesen Hypothalamus-Hypophysen-Regelkreis erklären. Vielleicht ganz wichtig für jene von euch, die therapeutisch tätig sind. Hypothalamus-Hypophyse eignet sich immer sehr gut als Hintergrundzone zum Mitbehandeln, zum Beispiel bei reflektorischen Techniken, zum Beispiel jetzt bei der Fußreflexzonen-Massage. Wenn wir zum Beispiel auf die weiter unten gelegenen Hormondrüsen Einfluss nehmen wollen, beispielsweise auf die Gonaden bei Zyklusstörungen, beispielsweise auf die Nebennierenrinde bei Stressproblematiken, beispielsweise auf die Schilddrüse.